hallo ihr leben so bin jetzt wieder hier und hier habe ich zwei richtig dicke brocken also das ist dann guck mal was daraus kommt gold und weiter ja 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 du spinnst doch lass doch mal gucken so wir haben ja mein schiff brauche ich mehr plätze und deswegen muss ich das ganze gold hier sammeln um mal einen platz denke wieder frei zu bekommen so wir haben auch guck mal jetzt brauche ich noch dieses andere metall ding gut das mache ich da mal eben ich brauche noch 250 hier unten hin so leider sind die anderen alle von voll naja gut aber jetzt habe ich da wieder einen freien platz was habe ich denn hier was ist das blaue der noch mal 8 teleport empfänger genau ich brauche dafür eine anti materie aber da habe ich noch keine ahnung richtig hinbekomme oder wie ich die herstellen kann oder wie auch immer da habe ich aber so weit ich weiß noch nichts gefunden oder kaufen kann die auch noch nicht oder so aber ich war noch nicht noch nichts gefunden davon so chromatisches metall genau das erstelle ich jetzt mal her dazu muss ich erst mal auf einen anderen planeten wieder landen wo ich mein dings habe die maschine ruhig damit was herstellen kann gut lassen wir mal jetzt hier rum gucken das ist jetzt wo da ist die raumstation näht aber ausnahmsweise mal nicht hin ich weiß ich habe da eine basis bei kiki und dann hatte ich glaube ich noch eine da unten auf wie ich immer sage erde 2 das ist jetzt zu weit ne gota ich glaube das war da wo ich meinen anderen planeten das ding habe muss ich mal sehen aber ich sehe da nichts von wegen hier wie heißt das dingens basis genau da hinten ist eine basis steinplaneten ich bin nicht auf dem steinplaneten das ist aber auf dem planeten sei leider drangestattet nicht dieser planet ja auch gar so viele planeten wo war ich denn zuletzt auf wo ich was gibt ich glaube da unten ne das wasser na gut ich fliege da mal erst mal hin gold ich weiß das jetzt nicht ob das das stimmt aber ich versuche das mal moment ich mache das mal so vielleicht war das jetzt da ich bin mir nicht sicher entweder auf diesen hier oder auf den anderen planeten aber noch einmal kurz abbremsen Warte, manchmal muss man kurz hier noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter so wenn man da echt nicht sicher wo das jetzt war, das ist auch ein paar tage nicht gemacht jetzt und deswegen weiß ich nicht, habe jetzt hier so ein Gerät gebaut, also mein Haus und so, ich glaube das auf den anderen Planeten aber ich glaube das war hier, weil der ja so aussieht wie die Erde 2 sozusagen, also naja, was heißt, das sieht halt aus wie eine Erde, sag ich mal, ne Wasser und so, viel Land da ist mein Haus, genau ähm, waaah okay das war diesmal eine ganz komische Landung dann steige ich mal aus so ähm gut, hätte ein bisschen dichter dran sein können, aber was soll's ähm hier sind die roten Steine, das heißt, da ist Sauerstoff drin, normalerweise nein verdichteter Kohlenstoff ähm so, ich habe ja auch noch andere Steine, aber äh, was haben wir denn da hinten nochmal Notrufsignal ah ja ah ja gut, ähm mein Herstellungsgerät war hier die Raff Raffinerie, haha so, ich brauche dieses andere Metalldingens ähm genau, ich gucke hier nochmal wo war das hier chromatmetall genau und das kann ich glaube ich aus Kupfer herstellen so fühle ich weiß ähm Kupfer da ist Kupfer da oben ist auch Kupfer nehme ich das erstmal pack das pack das da genau, jetzt kommt dieses genau, das brauche ich guti äh, wie viele brauche ich jetzt noch weiß ich, muss ich nochmal gucken hab ich jetzt nicht hingeguckt hm hm ist ja auch egal so hm hm noch 10 Sekunden und dann nehmen wir das hier raus so mitnehmen äh hier im Anzug rein genau ähm blablabla Moment jetzt muss ich das mal sehen ich habe hier nein äh Raumfürfürsier Moment das Metall 74 74 da oben ist ein Platz frei 74 äh chrom nein ich nein das ist warte mal hier da das nehme ich das packe ich dann hier jetzt rein äh bitte was Raumschiff hallo bist du Raumschiff nicht in Reichweite na gut Raumschiff nicht in Reichweite äh aber ja dann gehe ich erstmal raus zum Raumschiff wenn das unbedingt sein muss da will ich später irgendwann auch nochmal was machen so wie ist denn das jetzt hier nochmal mit laufen nein das ist kein laufen ach hier ist laufen warte mal die roten Kohlenstoff es gibt aber auch rote wo Sauerstoff drin ist soviel ich weiß dachte rot wäre da immer Sauerstoff aber so jetzt habe ich hier meinen Raum für mich bin ich doch nah genug also hier haben wir jetzt 74 das müssen ja auch dann 74 bleiben ne so jetzt tue ich das hier rein gucke ich heute nochmal genau wir brauchen insgesamt 150 ok Ok da muss ich noch ganz viel von dieses material dinger sammeln äem etwas kopf habe hier noch sh oh oh uh 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 so hier rein Woah die steuerung die fühlt sich so warte ich langsam und schwer an irgendwie hihihih wenn man in letzter zeit etwas anderes zum brinc hat, wo man die auch noch eine andere Steuerung hatte wo es viel schneller und einfacher ging ist diese Steuerung jetzt wieder total ungewohnt ziemlich schwer und überhaupt habe ich den noch irgendwo, da ist noch Kupfer das könnte ich so schön verkaufen aber nein im Moment brauche ich das ja ich brauche noch viel ok bamm 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 äh 74 94 und so ach Gott ähm gut ich nehme das jetzt mal raus hier ähm so dann nehme ich das erstmal raus und dann gucke ich mal blub blub so was sagt denn hier es flimmert von ja 122 ok machen wir noch 30 kann man heute noch 30 hier stellen immerhin haben wir da noch über 100 so alles klar ich glaube 28 reicht ihm auch ne bin ich mal gespannt ich gehe mal den Dink da drauf ähm so 28 so das müsste doch glaube ich jetzt reichen genau das haben wir voll das heißt ich kann es jetzt reparieren aber wenn ich jetzt reparieren gehe raumschiff nicht in reichweite ich hab's gewusst so dann geh doch am besten mal hier raus und reparieren nochmal das eine was heißt nochmal also reparieren jetzt das eine teilt erstmal wieder nach langer Zeit ach Gott ach Gott ja ja jetzt mal diese worten die haben wir so und so was soll das so oder der ähm genau ähm reparieren reparieren So, dann brauche ich ja einmal das hier, dann einmal Gold hier, so, und fertig. Ja, wir haben hier wieder einen freien Platz, das ist doch schön, ich kann wieder einmal mehr was einsammeln. So. Hm. Ei, 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 ei. Hier sind jetzt die fünf in einer Reihe. Das mit Gold könnte ein bisschen dauern. Und alleine von den anderen Dinger da 300 brauchst, ey, das ist doch, wow, 100, 100 oder so, ja, aber nochmal 300, wow, da brauchst du 90 Gold, hier brauchst du 90 Gold, und so weiter. Dieses Metall auf 300, äh, genau, ähm, hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Dinger kaputt, bei einer war es nur fünf, äh, angezeigt. So, hier brauche ich einmal nur das hier, 350 von diesem Chromal, ja, dann brauche ich noch ein Pugneum, oder Pugnorn, keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Äh, Chlor, ja, ab und zu habe ich das mal gefunden, aber dann auch wieder verkauft. Da haben wir jetzt fünf, nein, das geht ja nicht. Ähm, und ansonsten ist immer dieses Ferit, oder das ist auch Ferit. Gut, da brauche ich dieses Paar Dingsbums, und Metall, ja, aber dafür brauchen wir ja auch natürlich wieder dieses Kupfer, das ist auch nochmal Kupfer 98, das kann ich ja mal, äh, hier drin lassen, in den Apparat, dann habe ich da meinen Platz auch wieder frei. So, und dann könnten wir uns nochmal diese Notfallstation da irgendwie angucken, oder so. Äh, boah, diese Steuerung ist so schwer. Ähm, tun wir das eine Ding in der Kupfer in die Eingabe rein. So, dann können wir das ja schon mal laufen lassen. Ähm, und dann habe ich jetzt hier in meinem Inventar eins, zwei, drei Plätze im Moment frei. Ähm, Kohlenstoff-Nano-Rohr. Ähm, wozu brauche ich das nochmal? Hier im Moment nicht. Ähm, ähm, das war der hier. Metallische Elemente brauche ich dafür. Ach, das sind die Dinger. Ähm, dann haben wir hier, da gibt es ja denn das Geld da durch. Gut. So, ich habe jetzt hier im Raumschiff, da mache ich mal kurz Platz. Ähm, ach komm, das ist doch so, ey, Raumschiff nicht in Reichweite. Hallo. Ich kann da hinpinken, also hinspuckt mal nicht. Okay, so, das ist da drin. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Sauerstoff. So, keine Ahnung, was könnte man denn noch da machen? Sauerstoff da rein. Dann haben wir, äh, Ausgabe besetzt. Ja, ja, ich weiß, es ist besetzt. Ähm. Wenn ich da Sauerstoff reinmache, bekomme ich da Kohlenstoff raus. Ja, ja. Ähm, nee. Puh. Was hätte ich denn jetzt noch da? Ich weiß das im Moment nicht. Dieses Wasser, ging das noch irgendwie? Ach, da haben wir dann dieses Selee. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie noch brauche. Wasser, Selee. Ich habe drei, da sind zwei Plätze frei. Nee, hier gab es aber kein Teil, wo ich das Selee brauche. Nur Platin, Gold und dieses andere Magnet-Things. Gut, ähm. Ich muss mal diesen Impulsantrieb wieder aufladen. Das geht mit Tritium oder Pyrit, genau. Tritium haben wir ja noch, ne? Ja, genau. Aber das kann ich ja erst, wenn ich nah am Raumpfiff dran bin. Hier im Moment geht es nicht. Gut. Dann machen wir das einfach mal. So. Ich würde sagen, das reicht. Und dann lade ich das mit Tritium auf hier oben. So. Haben wir das auch wieder voll. Eins, zwei, äh, freie Plätze. Habe ich denn noch was frei hier? Ah ja, drei haben wir noch frei. Ich nehme mal Gold. So, dann haben wir da wieder auch noch mal für der Schiff wieder einen frei. Gold, Platin, das wird er dann gesammelt. Ähm, Tritium, zwei. Aha, aha. Guck mal, da habe ich einmal jetzt noch 100. Dann kann der ja da hin. So. Ich habe für mich jetzt ein frei. Und da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Plätze frei. Gut. Ähm, ja, und sonst herstellen kann ich im Moment nichts. Also könnte ich schon was herstellen, aber ich brauche im Moment nichts. So fühle ich weiß. Ne. Da ist diese Warpzelle, ja. Aber wo bekomme ich dann diese Antimaterie her? Hm. Ich weiß es noch nicht. Gut, Freunde. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal eine Folgenpause. Und dann sehen wir uns auf der Raumstation, äh, wieder. Weil ich soll ja dann auch irgendwie jemanden finden, ähm, der mir was, äh, ja, erzählen kann, der mir weiterhelfen kann, wegen ein bestimmtes Notsignal oder so. Also, dann, bis zum nächsten Mal, ne, und, äh, fliegen wir bloß nicht weg. Bis dann, bye bye.